Drei Schicksaler. Assange, Snowden, Nawalny. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Die westlichen Demokratien sind mit dem Schicksal eines russischen Kriminellen derart beschäftigt, dass man keine Zeit hat, sich mit dem Schicksal eigener politischer Gefangener oder Landesvertriebener zu beschäftigen. Das russische Außenministerium erinnert an vergessene westliche Helden. Erinnern Sie sich noch an Edward Snowden? Das war der Mann, von dem die Bundeskanzlerin Merkel erfuhr, dass sie von ihren amerikanischen Freunden seit Jahren abgehört wurde. Wie groß der Umfang der Abhörung war, nur beschränkt auf ihr Arbeitszimmer im Bundeskanzleramt oder aber auch im Schlafzimmer ihrer Privatwohnung, werden wohl nach wie vor nur die amerikanischen Freunde wissen. Der Vorfall wurde mit einem Nebensatz abgetan. Das geht unter Partnern gar nicht. Mit Russland geht man da weniger rücksichtsvoll um. Da wird radikal sanktioniert, obwohl gar keine Beweise für irgendwas vorliegen. Aber Snowden hat ja nicht nur die Bundeskanzlerin Merkel informiert, was die Amerikaner tun, sondern die ganze Welt. Und wer kümmert sich jetzt um Snowden und sein Schicksal? Die westlichen Demokratien, die Snowden doch dankbar sein müssten, lassen diesen Mann in der Putin-Diktatur seit Jahren schmoren. In einem Land, wo die westlichen Sanktionen die Menschen in Armut und Elend treibt. Und Snowden vermutlich wie in den Kriegsjahren nur eine rationierte Brotmenge täglich erhält und natürlich ohne medizinische Hilfe ein kerkliches Leben fristet, zwangsgetrennt von seiner Familie. Kehrt er nach Amerika oder in eine andere westliche Demokratie zurück, droht ihm sogar der Tod. Aber es interessiert niemanden, denn die westlichen Demokratien sind mit einem russischen Kriminellen beschäftigt. Und wer ist Assange? War das nicht der Mann, der Verbrechen der USA gegen die Menschlichkeit öffentlich gemacht hat? Jahre hat er in einem Botschaftszimmer einer Luxus-Gefängniszelle zu bringen müssen, da westliche Demokratien keine Zeit hatten, sich um das Schicksal dieses Mannes zu kümmern. Und auch jetzt, wo der Mann in einem realen Gefängnis sitzt und auf seine Auslieferung in die USA wartet, wo ihm der Tod droht, haben die westlichen Demokratien keine Zeit, sich für das Schicksal dieses Mannes mit dem gleichen Engagement einzusetzen, wie man es für den russischen Kriminellen Nawalny tut. Wenn Russland im Europarat ultimativ die Freilassung von Assange fordern würde, so wie es der Europarat am gestrigen Donnerstag für Nawalny getan hat, wie würde man dort reagieren? Vermutlich gar nicht. Oder man würde irgendeine Blabla-Formulierung für Russland finden und damit wäre die Sache erledigt. Auch Russland hat auf die Forderung des Europarates zur sofortigen Freilassung des Kriminellen Alexej Nawalny reagiert. Man hat umgehend mitgeteilt, dass man weder die Forderungen des Europarates noch die Forderungen des Europäischen Gerichts für Menschenrechte umsetzen werde. In Russland gelte nationales Recht vor internationalem Recht. Verwies man mit Blick auf die Verfassung der russischen Föderation aus den Jahre 2020. Russland kann letztendlich machen, was es will. Es wird nie richtig sein. Lässt Russland Nawalny frei, so wäre dies der Anfang vom Ende der jetzigen russischen Gesellschaft. Eine Kapitulation des souveränen Russlands vor seinen politischen Gegnern. Und Putin hätte letztmalig die Gelegenheit, einen seiner wichtigsten Sätze, der von seinen politischen westlichen Gegnern gerne falsch und diskreditierend zitiert wird, neu zu formulieren. Die Freilassung Nawalnys ist die größte politische Katastrophe nach dem Zerfall der Sowjetunion. Und wenn Russland Nawalny nicht frei lässt, so liefert Russland dem Westen neue Gründe für die Verhängung weiterer Sanktionen. Leider ist die westliche kollektive Wertegemeinschaft in der Lage, Russland das Leben zu erschweren. Noch ist sie dazu in der Lage. Bisher hat Russland immer eine Antwort gefunden, um Sanktionen zu neutralisieren, in ihren Auswirkungen zu mindern oder gar nutzlos zu machen. Das wird auch zukünftig so sein. Aber trotzdem behindern alle diese Dinge natürlich die Entwicklung der russischen Gesellschaft. Es geht vorwärts in dem Land, aber nicht so schnell, wie es die progressiv eingestellten Menschen gerne hätten. Es bleibt zu hoffen, dass Russland, welches gegenwärtig wirklich, so wie es die USA versprechen, täglich teuer für seine souveräne Politik bezahlt, die richtigen Schlussfolgerungen für seine weitere politische, aber noch mehr seine wirtschaftliche Entwicklung zieht. Vermutlich bleibt kein anderer Ausweg, als dass Russland sich wirklich wirtschaftlich völlig neu aufstellt. Um das möglichst schnell zu schaffen, braucht man eigentlich nur den Ratschlag des ollen Lenin zu befolgen. Erfahrungsaustausch ist die billigste Investition, soll er gesagt haben. Und China, dieses angeblich stockkommunistische Land, hat eine wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren genommen, die die USA mit größter Besorgnis zur Kenntnis nehmen. China zwingt sogar die USA an Gesprächstische. Das ist dieser Weltgendarm nicht gewohnt. Fragen wir doch einfach die Chinesen, wie die das gemacht haben und kaufen eine Lizenz bei den Chinesen, um deren Wirtschaftserfolg offiziell und ehrlich kopieren zu dürfen. Und Russland hat bereits verstanden, Gott sei Dank, dass die gefährlichste Waffe Amerikas nicht die Flugzeugträger nicht die unsichtbaren Flugzeuge nicht die Atomraketen sind. Die gefährlichste Waffe der USA ist der Dollar. Mit dem jetzigen Rubel wird man den Dollar kaum bekämpfen können. Russland muss sich also etwas anderes einfallen lassen, um den amerikanischen Dollar zu neutralisieren. Es muss doch möglich sein, Mathematik-, Finanz- und Börsenspezialisten zu finden oder auszubilden, die nach den Gesetzen der USA den Dollar zu Fall bringen. Bei der Gelegenheit sei noch erwähnt, dass Dmitri Medvedev, Ex-Präsident Russlands, Ex-Premier Russlands und jetziger stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, am gestrigen Tag kommentiert hatte, dass man sich mit den USA wieder im Zustand des Kalten Krieges befinde. Nur gut, dass wir das, was wir ja eigentlich schon längst selber bemerkt haben, nun auch offiziell bestätigt bekamen. Wenn wir in der offiziellen Sprachregelung nun auch endlich von den schmeichelnden Begriffen für die Feinde Russlands wegkommen und Partner nur Partner nennen, die auch wirklich Partner sind, dann wird vielleicht auch vieles einfacher in der komplizierten Politik zu verstehen sein. Ach, ich es vergesse. Der Strafgefangene Nawalny hat am heutigen Tag seinen Hungerstreik beendet. Er ließ der Weltöffentlichkeit wissen, dass die Ärzte ihm dazu geraten haben. Denn Hunger tut seiner Gesundheit nicht gut, meinten die Ärzte. Es ist erfreulich zu lesen, dass Herr Nawalny außer seiner Hausärztin auch noch anderen russischen Ärzten traut, die ihm derartige wichtige Tipps zum Erhalt seiner Gesundheit geben. Man sieht, der Mann hängt an seinem Leben. Interessant war in den russischen Medien noch zu lesen, dass Herr Nawalny, obwohl er vor lauter Schwäche in den Gesprächen mit seiner Frau immer wieder den Kopf hat auf den Tisch fallen lassen und er, so wie es die westlichen Medien zu berichten wussten, kurz vor dem Hungertod stand, trotzdem immer noch physisch in der Lage war, jeden Tag einen Gesundheitsbericht über Instagram an seine Fangemeinde zu senden. Wir sehen, auch in der Folterhölle des IK2 und IK3 funktioniert das Internet. Und Herr Nawalny konnte trotz unterdrückter Meinungs- und Pressefreiheit in Russland alle Interessierten an seinem traurigen Schicksal teilhaben lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Tschüss und Aus Kaliningrad!